Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich die Tonybox Speicherkarte wechseln bzw. auch erweitern kann, wenn der Speicher zum Beispiel immer voll bzw. auch defekt ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Garantie meiner Tonybox ist bereits abgelaufen, weswegen ich diese auch mal mit gutem Gewissen öffnen kann. Und hierfür sollten wir die am besten einfach mal auf einen Boden bzw. wie bei mir auf den Schreibtisch stellen und dann mit etwas Druck nach unten, circa eine Viertel der Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Anhand des Klickens hört man dann auch schon, dass sich das Ganze geöffnet hat und der Verschluss sollte auch schon von alleine hier unten abgehen. Unter dem Verschluss befindet sich jetzt eine kleine Kreuzschraube und die kann ich mal mit einem entsprechenden Schraubendreher ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn komplett lösen. Und wenn das gemacht ist, dann einfach mal dieses Polster nach oben hin von unserer Tonybox runterziehen. Im nächsten Schritt müssen wir mal unseren Akku mit der gesamten Halterung entfernen. Und hierfür befinden sich hier oben drüber wieder zwei kleine Schrauben, welche ich ebenfalls mal komplett gegen den Uhrzeigersinn lösen und danach natürlich auch dementsprechend entfernen kann. Und wir können unsere drei Leiter aus dieser schwarzen Halterung auch schon mal ganz einfach mit dem Schraubendreher oder per Hand entfernen. Das Ganze etwas nach vorne kippen und anschließen können wir nämlich auch hier oben mal diese Leiter ganz leicht hinter der Platine durchziehen und den Stecker hier hinten mit etwas wackeln und herausziehen auch schon entnehmen. Und somit haben wir jetzt nämlich auch schon unsere Halterung mit dem Akku von der Tonybox getrennt. Wenn wir das haben, würde ich sicherheitshalber mal noch Gummihandschuhe anziehen. Das würde ich aus Versehen Fett von unseren Fingern auf die Platine draufbekommen. Das möchten wir natürlich nicht. Und dann geht es einfach darum, dass die Platine mal gerade nach oben hin abgezogen wird. Bitte auf keinen Fall nach vorne kippen, da sich hier unten jetzt nämlich noch kleine Pins befinden, die wir somit auch verbiegen würden. Deswegen einfach mal nach oben hin abziehen. Auf der Rückseite können wir jetzt auch schon toll erkennen, wo sich unsere Speicherkarte befindet. Und da sind aber auch noch zwei solche kleinen weiße Klebenstellen, die einfach dafür sorgen, dass die Speicherkarte natürlich nicht aus Versehen mal entfernt wird. Und die müssen wir am besten erst einmal irgendwie entfernen bzw. lösen. Bei mir geht es am leichtesten mit einer einfachen Nagelschere. Da habe ich mal ganz vorsichtig hier aus, nämlich rein geschnitten. Das sollte normalerweise auch schon ausreichen. Und dann gebe ich mal meine Speicherkarte etwas nach rechts. Und sobald es etwas rechts drüben ist, kann ich sie nämlich auch schon ganz einfach nach oben hin aufhebeln. Da ich die Dateien von meiner alten Speicherkarte auf die neue übertragen möchte, muss ich diese natürlich jetzt erst einmal noch hier entfernen. Und werde sie auf meinem PC einmal einlesen. Wir können auch schon sehen, dass die Speicherkarte auf jeden Fall erkannt wurde. Und diese möchte ich sicherheitshalber aber noch einmal zwischenspeichern. Weswegen ich das Ganze einfach mal markiere. Rechtsklick mit der Maus, auf Kopieren klicke. Und in meinem Download-Ordner habe ich mir jetzt auch mal den Ordner Tonybox alte Speicherkarte angelegt. Und werde da einfach mal alle Dateien von der alten Speicherkarte reinlegen. Sobald es fertig ist, möchte ich meine alte Speicherkarte sicher entfernen. Weswegen ich meinen PC hier unten mal auf diesen Speicherstick draufklicken muss. Und dann die Speicherkarte auswerfen. Danach kann ich die auch schon sicher entfernen und meine neue Speicherkarte einsetzen. Meine Speicherkarte wurde auch schon erkannt. Und jetzt ist laut meinen Recherchen aber noch das entsprechende Dateiformat von dieser für die Tonybox entscheidend. Weswegen ich mal einen Rechtsklick drauf mache, auf Eigenschaften klicke. Und hier muss bei Dateisystemen jetzt FAT32 stehen. Was übrigens die meisten 32 GB SD-Karten haben sollten. Falls es bei dir nicht so ist, wie in meinem Fall, dann gibt es hierfür aber auch schon extra Videos auf YouTube, wie man das Ganze natürlich dementsprechend formatiert. Wenn deine Speicherkarte aber passt, können wir mal auf den Ordner der alten Speicherkarte klicken. Und da möchten wir jetzt natürlich auch diese alten Dateien mal mit einem Rechtsklick kopieren, auf unsere neue SD-Karte draufbringen. Deswegen, weil diese auch mit einem Rechtsklick und auf Einfügen klicken. Der Download ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt möchten wir natürlich auch diese sicher entfernen. Weswegen ich wieder hier unten auf meinen USB-Stick draufklicke und die SD-Karte auswerfen möchte. Die neue Speicherkarte müssen wir jetzt richtig rum in unsere Halterung hineingeben. Bei mir sollte das auch schon passen. Danach diese nach unten drücken und etwas links rüber. Denn dann sitzt sie auch schon fest. Und sicherheitshalber könntest du jetzt zum Beispiel wie in meinem Fall mit einem ganz normalen Alleskleber einmal diese zwei Punkte hier außen wirklich nur ganz leicht nachkleben. Und das natürlich unsere Speicherkarte aus Versehen nicht wieder irgendwie entfernt werden kann. Meinen Kleber habe ich mal durchtrocknen lassen. Und jetzt schaue ich, dass ich meine Platine mal wieder richtig rum von oben in diese zwei Löcher unten reingebe. Muss natürlich darauf achten, dass meine Pins auch dementsprechend passen. Und anhand von diesen zwei kleinen weißen Kreuzen hier unten erkennen wir auch, dass die Platine wieder an der richtigen Stelle sitzt. Als nächstes unsere Akkuhalterung einmal von vorne wieder hineingeben. Darauf achten, dass natürlich auch hier hinten diese zwei Nasen bei den zwei Löchern unten reinpassen. Und dann sollten hier oben nämlich auch die zwei Bohrungen wieder übereinstimmen. Da setze ich jetzt meine Schrauben auch wieder ein. Aber ich schaue wirklich nur, dass diese ganz leicht angepackt haben, dass ich meine Leiter danach hier hinten auch noch hinter der Platine ordentlich durchfädeln kann. Nun den Stecker vom Akku richtig rum in unser entsprechendes Gegenstück reingeben. Danach sollte übrigens auch schon unsere Toniebox aufleuchten. Die Platine etwas vorkippen und dann können wir unsere Leiter vom Akku nämlich auch schon ganz einfach hier hinten einmal richtig durchfädeln. Und schauen natürlich auch, dass die Leiter hier unten noch in unsere schwarze Halterung drinnen sitzen. Wenn das passt, dann können wir die Platine mal wieder etwas nach hinten drücken und natürlich auch unsere zwei Schrauben hier oben handfest anziehen. Im nächsten Schritt kommt dann auch schon das Polster auf unsere Toniebox von oben drauf. Hierbei orientiere ich mich am liebsten am Lautsprecher und an diesen kleinen Löchern hier. Und dann haben wir hier unten mal noch unsere kleine Schraube, welche ich ebenfalls wieder im Uhrzeigersinn per Hand festdrehen kann. Nun können wir auch schon unseren Verschluss richtig rum einsetzen. Hierfür bitte nur auf diese zwei Nasen hier außen achten, dass diese natürlich richtig rum sind, so wie in meinem Fall. Dann drehe ich das Ganze einfach einmal wieder um und schaue, dass ich mit Druck von oben das Ganze im Uhrzeigersinn circa eine Viertelumdrehung drehe. Und dann sollte nämlich der Verschluss hier unten auch schon richtig sitzen. Zum Schluss möchte ich nochmal alles auf Funktionen überprüfen, weswegen ich einfach mal einen Tonie drauf stelle. Lauter, leiser, funktioniert auch ordentlich, weswegen wir auch schon die Speicherkarte von unserer Toniebox richtig gewechselt haben. Und falls es Schwierigkeiten gibt, dann müssen wir diese vermutlich neu einrichten. Auch hierfür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Speicherkarte, eine neue Toniebox, so eine personalisierte Schutzfolie oder natürlich auch weitere Tonies zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.